so stefan los aufnahmen der typischen angebot und muss das rand anstoppen ich nehme schon auf ich bin ich sagen okay dann geht es los in 3 2 1 hallo zusammen wir kommen ja zu einer kleine runde was wir sind jetzt gerade auf wäden genau wir waren so ein bisschen am so rumdaddeln und haben hier so ein bisschen die isis und geladen gefunden und haben jetzt gedacht wir nehmen jetzt einfach mal ganz ungewöhnlicherweise auch mal taxi und mal eine folge auf wer ist da unten wer ist da unten da joint jemand von den isis den server, schau ja der kann nix, da hat sich vorne Headshot gemacht letzte gestern naja die rufen sich jetzt zombies aus, schau jawohl da ist dann jemand den belagern, ne? hat jemand C4 dabei? ich hab C4 dabei mach die Tür auf, mach die Tür auf du bist unten, oder? ich bin oben und warte du bist unten, bin laden gegangen es kann sein, dass der andere von seinem anderen Home kommt, ne? ich sag Spezialausgabe da, geht's los da geht's los oh Stefan, ich muss auf den Boden gucken bitte? nee wo ist Stefan gestorben die schreien, ja ich muss auf den Boden direkt gucken was passiert ja, da hab ich jetzt nicht drauf geachtet jetzt ist Ruhe ich sag mal wohin nem rumrennen, sondern äh also ich glaub im Haus ist keiner ich glaub im Haus ist keiner ich glaub im Haus ist keiner hochgesporn weg ich glaub ich hab drei Leute wenn man jetzt gerade an der Mine äh ja ich hab's gesehen ja Stefan also ich geh hier oben ja ich check gerade oben durch die Fenster durch da ist keiner da kannst du das zu viel grad nicht in der Hand gehört aber ein Account das ist jetzt grad egal da rennt hier? ja ich bin auf dem Berg 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 bring mir mal alles mit was man so nehmen kann du hast grad ein E-System noch gejoint, Bin Laden hat keinen Bock mehr Bin Laden ist gegangen ja das Waden wieder an der Letzte mhm ich hab hier schon an Bin Laden habe ich schon 40.000 bekommen das geht aber langsam aber hier der von hier wenn du gerade aus hier reinkommst hier sind rechts laut Termine immer auf dem Boden guck immer auf dem Boden guck wo sie links und rechts gehen kann man die irgendwie nicht schärfen haben wir die abballern oder so? äh weiß ich nicht wir können es probieren du probier die von Weizen ich bin oben weil ich keinen Rasen habe Bin Laden ist wieder da Bin Laden ist wieder da werde geschehen ich Bin Laden ist wieder da aufpassen 2 die reicht nicht oder? reicht nicht? ne du brauchst 3 Stück ne tödlich du brauchst 3 Stück immer durch 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 ich tödlich mit 2 aber die weiße was denn geil wäre? ja das ist ein geiler Atom nicht? da ist keiner wo kann man den Werke doch keiner sagen? was denn? alter hier sind lauter Stacheln da hängt einer da hängt einer hat er was? ich bin noch oben bei dir ich bin noch oben die ist alles voller Stacheln ja was hat denn der eigentlich genug also das bist du Stefan ne? ja ich bin der von meinem Glück also also oben ist oben ist definitiv keiner er bin Laden connected gerade du kannst die nächste Tür kaputt machen Stefan eine Esel ist ja gerade gejointed warte draußen ja aber ich 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 konnte immer wieder wieder raus durch diese Scheiße ja was auch das ist mir überall Bärenfang gewesen ich hatte gerade ähm ja wir machen das ja Stefan nächste Tür ich hab ich hab nur hier unten das Produktionszentrum von ISIS gefunden ist das der hä? ist der AFK? ich hab gar keine Mülle mein das Produktionszentrum von ISIS ist ist weiter hier oben ich hab nur 14 ich hab nur 14 grad noch ey war ich der Black muss aufgefassen du musst schützen der Black keine Röckmann, nein nicht jetzt ey ich hab den einen die Frage jetzt hier das war das 1c4 dran hol mir hol noch mehr oh der hatte 349k äh Eisen dabei Donne 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 und 250.000 oh bei die Dachsort ne Tür gerade geöffnet bei dem musst du schützen ne ich hol da die Üben aus alter ich hol ihm gerade die Tüben gerade aus wir sind wir sind oben aus ich kann nicht ja gab ja die Tür die Tür unten auch ein Visier also wenn jemand sich der Tür nähert muss sowas Bescheid sagen oder schieß einfach dann oder schieß einfach genau alter die haben so viel Materialien alter hat der in den Öfen aus gelernt kann das sein? nein der war gerade am Öfen auslernen ich bin jetzt aber gerade dabei ich nehme ihm gerade sehr in Arbeit ab ich habe da hinten ein Formation ich brauche unbedingt zu drinnen ich kann gar nicht gucken ob wir sind gerade hier am meine ich mir so gut hier liegt noch eine Thompson 20 Schuss bei der Hilfe wird ausräumen eigentlich wollten wir hier nur den Aussturm benutzen vorne aufzuschießen eigentlich wollten wir hier nur den Aussturm benutzen ja wir wollen ihn nur benutzen aber dass das natürlich das Produktionszentrum von ISIS ist so können wir ja nichts dafür hier ist der Willingbruch wie viel C4 habt ihr noch? wir haben alle zuhause alles wir haben alles zuhause wir haben 4 C4 noch zuhause ich kann aber kein C4 machen ich kann C4 bauen ich kann C4 bauen ich gebe dir die Explosives ich brauche Claude noch ja kann ich auch filmen ich nehme Bios 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 ja ich glaube ich würde gerne eine Mütze oder was ich sollte gerne nach oben 26 Sekunden Scheiße warte ich habe jetzt auch Leck Bios ich wollte gerade blündern ich wollte die Mütze haben ja genau das gleiche hatte ich auch die Mütze kann ich bauen ich mache die Tür oben auch Bios ja Achla. Oh, wir haben die Leiter kaputt gemacht. Ja, ist egal. Achtung! Das war ihr, ne? Ja. Warte, chill noch, chill noch, chill noch. Das war das. Da kommt einer. Das waren wir. Der muss das nicht. Nee, wenn man das Ding durch die Tür brässt. Warte, warte, stopp, 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 stopp. Können wir nicht Slash remove machen? Wir haben noch hier Bildung gelegt. Ach, freilich können wir das machen. Warte, lass mich vor. Ich weiß... Kann ich nicht zuhauen. Scheiße! Scheiße! Scheiße, ich bin tot, unten ist einer, unten ist einer! Wo denn? Unten, unten, unten! Buddy, hinter dir, hinter dir, Buddy! Ich hab keine Muni, meine Waffe lag. Hinter dir ist einer! Ich hänge da, äh... In welchen Schadwurz? Unten, in diesem Scheiß-Turm, da hab ich mich das Scheiß-Ding mit erschlagen. Alter. Herr Aachen soll, ich hab hier, ich blute. Ich sterbe. Komm mal. Wo bist du? Vorsichtig. Unten bin ich bei deinem Haus da. Ich hang an der Leiter, Buddy. Pass auf, nimm an, nimm an, nimm an, nimm an, nimm an! TPA, ja? TPA, ja. TPA, ja. Ja, da eine Türmleine. Aber, Slash-TPA! Ja, ich krieg's nicht hin! Slash-TPA! Du machst halt! Seid ihr das? Ja, wenn du grad gesprungen bist, ja. Also, Spritze, rechtblick! Habt ihr diesen Typen gekillt? Ja, ich hab ihn gekillt. Ich hang an der Leiter, das war das Problem, sorry. Ging schneller. Tja. Ich hing an der fucking Leiter da oben. Wo ist dieses Scheiß-Ding? Hast du abgenäht, oder? Wo kam der her? Ich hab da... Der ist hier unten... Nein, der ist hier unten reingerannt. Der ist... Haltet... Haltet bitte die... Die Tür im Blick. Ich bleib hier unten hin. Da kommt wieder einer gerannt. Ja, ich bin hier. Oh, Alter, sorry, ging nicht mehr. Ich hab' aber getötet. Ich hab' die an der verkackten... Ja, es ist ja so schlimm. Es ging mir bloß darum nicht, dass du auch noch stirbst. Bist du das nicht? Nein, ich bin hier. Ich bin hier. Ich hab' noch sehr wenig HP, jetzt noch 27 HP. Dann haut die eine Spritze oder sowas rein. Ich hab' keine Spritze gerade mit. Hier, komm' her, ich hab' eine. Ja, ich kann Spritzen bauen. Passt auf eurer... Passt auf euer Leben auf. Und vor allem, wenn jetzt jemand kommt. Hier. Nein. Ich baue jetzt paar Spritzen. Ich kann euch welche abgeben, wenn ihr wollt. Ich baue gerade 83 Spritzen. Weil die wolle... Echt? 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 Ich hab' gerade Spritzen. Maxi, bin in der Haftung. Hier, hier, hier. Hier liegen Spritzen. 20 Stück. Jungs, ich hab' eine AK getroppt. Der Typ hat eh drei AKs im Inventar gehabt. Echt? Dann gib' mir mal eine. Nimm, nimm. Ich mein' das was? Wo denn? Ein Podium da. Der eine Typ, der tote. Der rote. Oh, gar wie erschreckend bist du. Was ist mit der Typ da oben? Ja, da wollte ich gleich rein. Aber da, äh. Brauchst du noch mal? Ja, am besten. Wow, so ein bewegt Scheiße. Alter! Ja, danke. Hier liegen auch noch dritten. Wo hab' ich denn jetzt bitte eigentlich 18 C4 her? Ich hab' 25 C4. Ich hab' 18. Das ist mein AK. Ja, klar. Haltet bitte diese Tür im Blick. Meine AK hat die Tür noch da oben. Nicht mehr vier, ich will das ja. Ich kann nicht bemoven, aber wir hängen an der Leiter. Das ist das Problem. Ohne Gekker. Warte. Die Leiter wie Moven. Du kannst nicht bemoven, wenn an einer Leiter hängen. Wer schießt? Ich hab' nie. Oh, Alter. Ja, das ist nicht schlimm. Amor. Amor. Da oben sind Waffen drin. Waffen und Amor. Ohne Leiterleiter. Leiterleiterleiter. Warte, ich hab' Polz dabei. Das war ich. Was? Bist du mir nervös, oder was? Nein, ich wollte nur testen. Ich lau' nur um die Kurve! Alter, meine Hände sind gerade voll. Wie kommen wir jetzt hier hoch alle? Ich hab' meinen Eingang jetzt hier gerade einen Blick von außen. Was hat er da einfach von... Sie sind alle gesichert. Was hat er davon, wenn wir eine Türen bauen? die sind alle gesichert die sind alle gesichert hallo hallo ja mach mal hier ja ich hab keinen building plan dabei hab ich einen dabei ja ich hab einen dabei warte geh mal hier runter mach hier unten in die Tür ran und dann mach irgend so ein bittiges Schloss ran wir können die Kisten aufsprengen ja mach mal auch gleich aber wir brauchen erstmal hier unten eine Tür dass sie hier unten mit wegkann ja da oben sind die ganzen Waffen drin die sie haben kaputt machen irgendein billiges Schloss irgendeins ne ich mach einen Kotloh hallo vom teuersten zum teuersten haste und zu machen äh eins fünf sechs nein egal egal ihr braucht euch ja nicht registrieren ja ich kann mich einfach registrieren oh yeah plus 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 das ist bestimmt ein Heilziel Gunnarmode das ist auch schön dass überall alles anscheinend was irgendwo drin ist Tool hier hinten ist noch Ammo ähm Jungs geht Problem ist halt nur mit dem Sprengen jetzt ne geht mal bitte in in geht mal wieder alle runter genau Maus jetzt gerade aus hinter genau da stehen bleiben was war das bist du bescheuert oder was ich schieß gerade die Kiste ab dann aber nicht mit Brandmunition das Brandmunition geschossen deswegen ich habe keine Brandmunition exklusiv von HV Munieren als möglicher werden noch sprengen Armin jetzt kommen wir über wenn sich das an Sprengen das wird da wird Orta er hat aber es ist auch wenn die Akkorde der Fahrer reparieren ja halt zumindest sagen was niemand ich habe die Geste gewohnt gewohnt ich bin voll ja ich weiß kann man die Ammo auf der Welt Dornen macht keinen Scheiß alter Wer hat noch Platz im Mentor? Äh, danke, Dorne. Hey. Ich kann dir keinen Schaden machen. Heb mich auf, ich vom... Guck mal, brennst du ja. Ich hab keine Brandmuni. Eine Art Brandmuni zum Geladen. Ich hab auch gar nicht geschossen. Lass mich mal durch da, ich brauch meine Waffe wieder. Hör jetzt auf zu schießen, Mann. Du bist in deine eigene Muni geraden, ich hab keine Brandmuni. Deine Brandmuni. Warum war ich aber jetzt instant tot, Alter? Hat irgendeiner unten irgendwas gesprengt? Nein. Nein, ich hab nichts gesehen. Der schießt ja. Wir oben. Wir machen um die Kisten auf. Ja, Muni. Muni. Keine Ahnung, wie lange das heute geht jetzt, ich schmeiß die jetzt alle kurz in einer Kiste rein, die ganzen Sachen. Ach, der wie viel AKs, ey. Wer wollte das auch nicht für? Amor brauchen wir nicht, oder? Ich muss nach Hause. Nicht? Schieß mal auf, vielleicht ist da eventuell auch, äh, Dingssachen noch drin. Was, Amo? Ja, aufschießen, bitte. Lass mich jetzt den Arsch ab, wenn die draußen vor der Tür warten. Ja, wir, wir telefonen uns hier raus. Minenarbeiterhelm, Eimerhelm, Eimerhelm, Eimerhelm. Da, Einstagsjacke, Verkehrsschildjacke. Strahlenstiefel. Ja, da, da wird nicht Pausen an Metall gerade. Dann haben wir Plus auch aufmachen. Ja, mach auch mal auf. Lass mal Plus Plus aufmachen. Sind die eigentlich jetzt schon so eine Alkoholie? Keine Ahnung. Eimer, die brennt glaube ich auch, ne? Ach, weißt du was, sind das ein Querschläger und, äh, und Querschläger zählen nicht mehr zu von dir abgeschossen. Dorne. Achso, Alter. Deswegen sterben wir sie schnell. Ja. Knochenfragmente. Nein, warum ist das Spiel denn so gut gemacht worden? Ja, sie, jetzt verunschneidend. Ich kann nicht an, nämlich bin oben drinnen. So. Wer ist gerade unten? Oh, der hat sich selbst umgebracht, der Spacken. Ich nicht. Verwann. Okay. Können wir nichts aufschießen? Muss man den Inventailrahmen aufleeren. Eine Million steiner, Alter. Warte, um, um, um. Meine sind ja beide oben. Äh, komm, komm zu mir. Warte, ich muss gerade meine Mutter aus leermachen, ich bin gleich da. So. Ey, ich bin nur im Zeeling, ich kann ihn nicht annehmen. Oh, ich bin nicht mehr drauf. Ich kann ihn nicht annehmen. Ich bin nur im Zeeling. Na gut, dann laufe ich kurz hin. Donner, Achtung, ich komme wieder hoch. Ich schieße mit normaler Mund. Ja, deswegen. Kann man nicht im eigenen? Warte, ich komme mit. Warte. Dass wir zusammengehen. Verband, Antistrahlenpillen. Ich habe keinen Platz mehr, Alter. Ich bin so voll. Ich habe noch Platz. Dann, dann komm halt mal hoch. Und dann müssen wir steifern, weißt du was? Ich wollte da unten aufpassen. Ne, da unten baut sich nicht mehr aufpassen. Wir haben da unten extra ein Schloss angemacht, unter der Tür. Ich auch, ich bin da, wo der Building Block ist. Wollen wir diese Kisten ohne Beschreibung auch aufmachen? Äh, wer war da unten? Das war ich jetzt hier oben im Schloss. Was? Was soll ich jetzt einpacken? Wer wollte da unten durch die Tür? Hör doch mal aus, ne? Nein, das ist der Spass. Ach, das war Gabi, das war Gabi. Ja, dann tue ich doch mal auf. Rennen doch nicht den Schutsel nicht mehr auf. Donner immer an die Seite von der Kiste schießen. Dieses hat keinen Bock mehr aufgehoben. Hast du dich auch mal helfen? Ich habe gesagt, dass er nichts mehr hat. Tja, das ist halt was. Ja, wir haben die Produktionenlage gefunden von denen. Und dann gehen wir in ein anderes Haus rein und bauen an das ab. Ja, gut. Ich weiß nicht, was das hier für Teile sind. Gut, gut brauchen wir nicht. Na, ich guck mal kurz auf der Map. Dann sehen wir ja, wo die gestorben sind. Hey, ist das Wort für ein Country? Was ist das? Wir haben die Schule nicht aufgepasst. Wir haben die Schule nicht mehr auf. nach mehr ak-produktion die r die die so genau wer schießt die nächste er geht es bestimmt gleich er wurde die solchste aber hat da unten ist es um dass das Haus von den von den Isis also allein schon für den Namen wenn man sich so nennt also das musste einfach sein die Leiterkeit das ist was das musste so sein weil er wir waren auch und wir waren noch nicht im Haus noch drin ja ich hab ja das ist auch ein anderes Haus also mein Ding kann man ins Haus gehen ich habe noch 18 C4 und ich habe auch noch ganz viel Sprengstopp ich kann noch mehr C4 bauen ich hab 25 äh der Osterkoll ist so oder so von der Rocket Launcher getroppt oder ja der ist schon zu Hause warum ich hab die ganze Raketen noch hier kann man die Christen überhaupt aufschießen ja 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 schon kann man die Brüder aufreißen wir ich muss nur noch ein bisschen wenn ich es wird auch mal wir wollen wir gehen außen rum kurz alter warte es wird das man die Böde seitens von der ich muss sich jetzt unten verzöhnen alter leh nein hilf mir hilf mir